Fitness mit Marc, Folge 143. Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber, direkt aus Hamburg. Der beste Synchronsprecher der Welt spricht sein Podcast-Intro, Marc Maslow. Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein Dranbleib-Fitnesscoach von Marathonfitness.de. In der heutigen Folge reden wir über die perfekte Fitnessküche. Du erfährst, welche Lebensmittel in deine Vorratskammer und deinen Kühlschrank gehören und welche nicht. Liebst du Bücher und hast eine Liste von Büchern, die so lang ist, dass du sie niemals lesen können wirst? Dann hat Audible die perfekte Lösung für dich. Wie wär's, wenn du dir diese Bücher einfach vorlesen lässt, während du unterwegs bist, auf dem Weg zur Arbeit, beim Einkaufen oder beim Wäscheaufhängen. Die App ist kostenlos und läuft auf allen deinen Lieblingsgeräten. Und weil Audible über 150.000 Hörbücher im Programm hat, findest du auch immer etwas Neues und Interessantes, das du gerne hörst. Anders als bei Musik- oder TV-Streaming-Angeboten gehören deine Hörbücher bei Audible dir. Das heißt, du kannst sie zum Beispiel mit deinem Smartphone jederzeit und überall hören. Tja, und wenn dir mal ein Buch nicht gefällt, dann ist das kein Problem. Du kannst es jederzeit gegen ein anderes Hörbuch eintauschen, ohne Wenn und Aber. Als Fitness mit Marc-Hörer bekommst du die Audible-Mitgliedschaft für ein halbes Jahr zum halben Preis. Geh dazu auf www.fmmbuch.de, fmm wie Fitness mit Marc und dann buch.de. Unterstütze Fitness mit Marc und geh auf www.fmmbuch.de. Dort bekommst du deine Mitgliedschaft für die ersten sechs Monate zum halben Preis 4,95 Euro pro Monat. Ja, heute geht es um gesunde Lebensmittel, um die perfekte Fitnessküche. Und bevor wir damit anfangen, möchte ich auf dem Weg nochmal ein großes Dankeschön Alexander Turek aussprechen. Alex ist derjenige, der das Intro einspricht. Er ist Dranbleiber und er ist auch Synchronsprecher. Er hat mich vor einiger Zeit kontaktiert und gesagt, Marc, ich höre deinen Podcast, ich finde das toll und ich möchte was zurückgeben. Wenn du willst, spreche ich dir ein Intro ein. So kam das Ganze dann und ja, ich bin froh, dass er mit an Bord ist. Alex, nochmal ganz herzlichen Dank an dich und wir starten jetzt mit der Folge. Ja, es geht um gesunde Lebensmittel und in der heutigen Folge bekommst du von mir eine Einkaufsliste mit an die Hand, mit der gesunde Ernährung zum Kinderspiel wird. Allerdings hat die Sache einen Haken. Es kann sein, dass du dich am Ende dieser Folge automatisch besser ernährst, weil du keine andere Wahl hast. Also sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt, denn diese Folge ist dein Frühjahrsputz für deine Vorratskammer und deinen Kühlschrank. Die Idee ist folgende, wir machen zunächst mal Tabula Rasa und dann wird aufgestockt und zwar mit Lebensmitteln, die gut für dich sind. Das heißt, am Ende der Folge weißt du, warum ein flacher Bauch im Supermarkt entsteht, welche Lebensmittel du aussortieren solltest, wie du deinen Kühlschrank und deine Vorratskammer so bestückst, dass du leichter dran bleibst und als Bonus noch Lebensmittelempfehlungen für deinen nächsten Einkauf. Ja, und damit du nicht alles mitschreiben musst, findest du natürlich auch alles in den Shownotes und außerdem habe ich dir noch eine Checkliste zusammengestellt, die du dir in den Shownotes runterladen kannst. Und da findest du schön übersichtlich alle Lebensmittel, die du bei deinem nächsten Einkauf mal durchgehen kannst und von denen es immer gut ist, was zu Hause zu haben. Es gibt ja diesen Spruch, Six Packs werden in der Küche gemacht und tatsächlich beginnt eine ausgewogene Ernährung viel früher als in der Küche. Warum entsteht ein flacher Bauch im Supermarkt? Dein Kühlschrank und deine Vorratskammer machen ja den Unterschied. Im Prinzip ist es ja simpel. Lebensmittel, die du kaufst, die isst du auch. Das ist ja nur eine Frage der Zeit. Jetzt lass uns mal einen Schritt weitergehen. Denk mal an all die Verlockungen, die außerhalb deiner Wohnung auf dich warten. Also die Dinge, die deine Willenskraft und Disziplin auf die Probe stellen. Und zwar Tag für Tag. Hier sind mal ein paar Klassiker. Vielleicht kennst du auch diesen verlockenden Duft von Backwaren. Gibt es eigentlich irgendwas Appetitanregenderes als diese Gerüche? Ich wohne genau gegenüber von einer der leckersten Bäckereien Hamburgs und ab und zu gönne ich mir da auch mal was. Das ist wirklich ein Segen. Ja, und manchmal ist es auch ein Fluch. Ich habe tatsächlich ein paar Jahre gebraucht, aber inzwischen kann ich an der Bäckerei vorbeigehen und einfach nur diesen Duft genießen. Zweites typisches Beispiel sind die Süßigkeiten am Arbeitsplatz. Ich habe einen Klienten, den ich schon ein bisschen länger betreue und bei dem ist es so, dass in den Büromeetings immer Kekse serviert werden. Und eigentlich ist das ja auch eine nette Geste. Eigentlich. Dann sind da noch Kuchen, Schokolade, Chips, Dips, Alkohol. All das, was bei sozialen Zusammenkünften so serviert wird. Geburtstage und Familienfeiern sind voller Verlockungen. Ja, und beim Fußball beziehungsweise Bachelor gucken sind Pizza und Bier beziehungsweise Prosecco obligatorisch für viele Menschen. Ja, und in solchen Situationen fühlt es sich manchmal an, als hätte jemand etwas dagegen, dass du deine Ernährung umstellst. Die Frage ist ja, wie gehst du mit all diesen Verlockungen um? Die Antwort ist folgende. Du brauchst einen Rückzugsort. Und zwar einen Ort, an dem es keine Versuchungen gibt. Und welcher Ort wäre dazu besser geeignet, als deine eigenen vier Wände? Jetzt wird der ein oder andere vielleicht widersprechen, aber Marc, Willenskraft und Disziplin gehören nun mal zu einem gesunden Lebensstil dazu. Puh, manchmal ist es wichtig, Nein zu sagen und die eigenen Impulse zu kontrollieren. Ja, das stimmt. Natürlich willst du lernen, deine Gedanken unter deine Kontrolle zu bekommen. Wer seinen Körper verändern will, der darf sein Denkverhalten ändern. Und der Punkt ist der, Kontrolle ist eine Fertigkeit und die erfordert Training und sie erfordert auch Zeit. Eine gesunde Ernährung aus Gewohnheit führt dich dahin. Dazu willst du aber den Konsum der Lebensmittel, die weniger gut für dich sind, minimieren. Und hier ist ein simpler Weg. Du minimierst die Versuchungen in deinem unmittelbaren Umfeld. Und damit sorgst du ganz bewusst für neue Rahmenbedingungen, bis es dir leicht fällt, den Verlockungen einfach so zu widerstehen. Ich meine, es wird dir auch niemand Alkohol zu den anonymen Alkoholikern mitbringen, nur um die Selbstdisziplin der Teilnehmer zu trainieren. Warum würdest du dich also unnötig in Versuchung führen wollen und Junkfood zu Hause haben? Und damit dir das Ganze ein bisschen leichter fällt, gehen wir schrittweise vor. Du erfährst gleich, wie du deine Wohnung in einen fitnesskompatiblen Rückzugsort verwandelst, der frei von zusätzlichen Verlockungen ist. Im ersten Teil geht es um deinen Kühlschrank. Und im zweiten Teil nehmen wir uns dann deine Vorratskammer vor. Okay, dann lass uns mal mit deinem Kühlschrank durchstarten. Ja, und vorher solltest du ein paar strapazierfähige Müllbeutel am Start haben. Denn je nachdem, welche inneren Werte dein Kühlschrank so bietet, kann da einiges zusammenkommen. Okay, dann lass uns mal starten mit dem Frühjahrsputz. Zunächst mal schaffen wir Platz in deinem Kühlschrank. Und danach bestücken wir ihn mit allerlei fitnesskompatiblen Leckereien. Schritt 1 ist also, du trennst dich von den Sixpack-Saboteuren in deinem Kühlschrank. Im ersten Impuls wollte ich eine umfangreiche Verbotsliste von Lebensmitteln zusammenstellen, denen du ab sofort das Einreisevisum in deine Wohnung verweigerst. Aber dann habe ich mich dagegen entschieden. Warum? Ja, ganz einfach. Ich finde, Ernährungsverbote sind Mist. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens erzeugen sie schnell ein Mangelgefühl. Und zweitens kannst du deine Lieblingsspeisen essen und nackt gut aussehen. Außerdem gibt es wenige Lebensmittel, die zu 100% böse sind. Ich finde nicht, dass es gute oder schlechte Lebensmittel gibt. Ich finde, es gibt gute und schlechte Gründe, bestimmte Lebensmittel zu essen. Und die Lebensmittel, die wirklich aus Teufels Küche kommen, sind glücklicherweise ziemlich selten. Für diese Folge habe ich dir die häufigsten Lebensmittelgruppen zusammengestellt, für die dein Rückzugsort tabu sein sollte. Und damit meine ich nicht, dass du diese Lebensmittel nie essen solltest. Ganz im Gegenteil. Die Dinge, die du liebst, solltest du ab und zu essen. Im richtigen Maß. Wenn du sie isst, dann mit Genuss und gutem Gewissen. In Folge 135 haben wir über das 90-10-Prinzip gesprochen. Und das gibt dir dazu die Freiheit. Als erstes solltest du Limonaden und Fruchtsäfte aussortieren. Kalorienhaltige Getränke gehören zu den größten Dickmachern unserer modernen Gesellschaft. Und deswegen beruhen auch komplette Diäten allein auf diesem Prinzip. Du verzichtest auf Softdrinks. Und damit meine ich nicht nur Cola, Fanta und Co. Auch als gesund vermarktete Fruchtsäfte, Eistees und Sportgetränke sind, wenn du genau hinguckst, echte Zuckerbomben. Und dann ist es besser, wenn du diese Kalorien in andere Lebensmittel investierst. Und wahrscheinlich auch viel befriedigender. Deinen Durst, den kannst du ab sofort kalorienfrei bekämpfen. Zum Beispiel mit Wasser, mit grünem Tee oder mit Früchtetee. Kaffee, Mate-Tee und Schwarztee sind in entsprechender Menge natürlich auch okay. Zweitens, die meisten Fertigsoßen. Die meisten Dips und Soßen im Supermarktregal enthalten viel, viel Öl. Oft sogar die Hälfte und noch mehr. Das Problem daran ist, weil Fett ist ja per se nicht schlecht, dass viele Hersteller auf Öle minderwertiger Qualität setzen. Also nicht die Fette, die gut für dich sind. Und damit landen dann zu viele Omega-6 und zu wenig Omega-3-Fettsäuren in deinem Körper. Plus überflüssige Kalorien und überflüssige Chemie. Warum solltest du solche qualitativ minderwertigen Lebensmittel überhaupt im Haus haben, wenn du eigene, gesunde und leckere Soßen, Dips und Dressings ratzfatz zubereiten kannst? Und wenn es unbedingt Fertigsoßen sein sollen, dann nimm dir die Zeit, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Und das ist ganz leicht, wenn du zunächst einmal immer einen Blick auf die Zutatenliste wirfst. Am besten hältst du deine Augen nach Produkten auf, die auf minimal verarbeitete Zutaten setzen, ohne Zuckerzusatz auskommen und beim Öl auf extranatives Olivenöl oder Rapsöl setzen. Ebenfalls aussortieren solltest du drittens das verarbeitete Fleisch. Damit meine ich Wurst, Schinken und Konsorten, denn die werden oft aus Billigfleisch hergestellt, enthalten tonnenweise Salz und manchmal sogar Zucker. Oft ist auch enorm viel Fett enthalten. Allerdings auch hier nicht unbedingt die vorteilhaften Fettsäuren. Lass uns mal Fertigfrikadellen nehmen. Ich habe kürzlich mal bei einem bekannten Discounter ins Kühlregal geschaut und mal einen Blick auf die Nährwertangaben von Fertigfrikadellen geschaut. Und da kommen raus, pro 100 Gramm enthalten diese Frikadellen 13 Gramm Protein. Das ist ja ganz gut. Und dann aber 11 Gramm Kohlenhydrate, 11 Gramm, da frage ich mich erstmal, wo kommen die her, und 22 Gramm Fett. Ist nicht ganz ideal von der Zusammensetzung. Und da kommt noch was hinzu, und zwar das verarbeitete Fleisch bildet im Körper mehr Säure als unverarbeitetes Fleisch. Ja, und das hat den Effekt, dass du, um das auszugleichen, mehr basisch wirkende Lebensmittel wie Obst und Gemüse essen musst. Noch mehr davon. Und gerade von denen essen ja viele Menschen ohnehin nicht ihr Soll. Und wenn du schon dabei bist, aufs Etikett zu gucken, dann fällt dir auch auf, dass ganz viele Zusätze häufig noch drin sind, wie zum Beispiel künstliche Phosphate, die auch nicht unbedingt gesund sind. Bei Fertigfleisch gilt also genau das gleiche wie bei anderen verarbeiteten Lebensmitteln. Am besten bist du vorsichtig. Meinen Kunden empfehle ich, verarbeitetem Fleisch den Zutritt zum heimischen Kühlschrank zu verwehren. Im Fall der Fälle hilft dir ein Blick auf die Zutaten und Nährwertetiketten, um die besseren Varianten rauszukriegen. Ja, und je weniger Zutaten du dort findest, desto besser. Viertens solltest du Fertigdesserts und Eiscreme besser aussortieren. Und damit meine ich auch die fettarmen Lightdesserts. Die sind nämlich meist schlafende Zuckerbomben. Und die warten nur noch darauf, deinen Körperbau zu sabotieren. Das ist wirklich erstaunlich, wenn du da mal auf die Zutaten- und Nährwertlabels guckst. Ein typisches als Snack für gesundheitsbewusste vermarktetes Light-Quark-Dessert liefert locker 15 Gramm Zucker. Pro 100 Gramm wohlgemerkt. Die Ernährungsindustrie schmuggelt Zucker in viele Fertigzubereitungen ein. Und auch da lohnt es sich also zuerst immer das Etikett unter die Lupe zu nehmen. Auf Platz 5 der Aussortieren-Liste stehen Soßen und Dressings mit viel Zucker und Öl. Auch hier, wenn du einen Blick auf die Zutatenliste wirfst, gerade der vielen Soßen im Soßenregal, dann stellst du fest, dass die meisten Fabriksoßen und Dressings gewürzter Fruktose-Glucose-Sirup sind. Oder gewürztes Pflanzenöl. Yum, yum. Prominente Beispiele sind die meisten Barbecue-Soßen, Ketchups, Marinaden, Remouladen-Soßen, Hollandaise-Soßen und so weiter. Wenn ich einkaufen gehe, dann verzichte ich bewusst auf Soßen, die Maisöl, Distelöl, Sonnenblumenöl oder Sojaöl enthalten, weil gerade hier die Fettzusammensetzung nicht ideal ist. Und deswegen möchte ich diese Fette auch nicht in meinem Salatdressing haben. Klar, auch hier gilt, die Dosis macht das Gift. Es spricht also nichts dagegen, wenn du etwas Ketchup oder etwas Remoulade zur Hand hast, solange dein Verzehr sich in Grenzen hält. Und dann ist alles gut. Und natürlich gibt es auch Soßen aus dem Regal, die in eine ausgewogene Ernährung gut reinpassen. Zum Beispiel Salsa-Soßen, die enthalten häufig nicht viel Zucker, wenn überhaupt, Pesto, Hummus, zuckerarme Marinaden, und zwar idealerweise die, die auf gesunden Fetten basieren, oder Guacamole. Gute Alternativen sind auch Tomatenmark oder ungezuckerter Senf. Am besten ist es natürlich, wenn du lernst, deine Mahlzeiten mit natürlichen Gewürzen aufzupetten. Ohne den ganzen Zucker und die leeren Kalorien. Am besten setzt du auf verschiedene Essigsorten und gesunde Öle wie Lein- oder Olivenöl. Die stellen mit etwas Übung auch geschmacklich fast jede Fertigsauce in den Schatten. Ohne nennenswerten Zeitaufwand für die Zubereitung. Das geht also schnell. Kandidat 6 zum Aussortieren sind die meisten verarbeiteten Lebensmittel. Die ganzen verarbeiteten Lebensmittel kannst du getrost links liegen lassen. Genau die in den leuchtend bunten Boxen, Bechern, Dosen oder Tüten. Für fast alle Nahrungsmittel gilt, der Gesundheitsfaktor eines Lebensmittels sinkt proportional mit seinem Verarbeitungsgrad. Selbst oder gerade, wenn ein Produkt auf der Verpackung als besonders gesund vermarktet wird, dann handelt es sich meistens um ein verarbeitetes Lebensmittel. Dein Ziel ist folgendes. Du willst so nahe wie möglich an das Ursprungslebensmittel rankommen. Jedenfalls in den meisten Fällen. Es gibt ein paar Ausnahmen, die wir in Folge 135 besprochen haben. Hier ist eine praktische Faustregel. Wenn das Lebensmittel mehr als drei Verarbeitungsschritte von seinem Ursprung entfernt ist, dann kannst du darauf verzichten. Nicht immer, aber meistens. Hier sind ein paar Beispiele. Nehmen wir Spaghetti Bolognese. Da haben wir Pasta, also gemahlenes Getreide ohne Weizenkeime und Kleie. Fettes Hackfleisch, Tomatenkonzentrat, Gewürze oder Würzmischung. Das sind fünf oder mehr Schritte. Da würde ich sagen, geht noch was. Beispiel Nummer zwei. Brokkoli wächst im Boden. Ein Schritt. Exzellent. Oder Hähnchenbrust. Eiweiß vom Huhn mit Wasser versetzt. Zwei Schritte. Exzellent. Vollkorn ist im Boden angebaut, dann gemahlen. Zwei Schritte. Und hier ist eine kurze Liste verarbeiteter Lebensmittel, auf die du in 90% der Fälle verzichten willst. Snacks, zum Beispiel Salzstangen, Chips, Cracker, Müsliriegel, Kekse und Kuchen. Tiefkühl-Fertigmahlzeiten, zum Beispiel Fischstäbchen, Fertigmenüs und so weiter. Trocken-Fertigmahlzeiten, Fertignudelgerichte, Kartoffelpüree, Pulver, Pfannkuchen-Fertigmischung. Gebt leichte Lebensmittel, zum Beispiel Nudeln oder Reis. Sandwiches und andere Snacks, zum Beispiel belegte Brötchen vom Bäcker. Und last but not least, verarbeitete Frühstücksflocken. Ja, auch die, wo gesund drauf steht. Gut, damit sind wir mit dem Aussortieren durch. Und jetzt kommen wir zum zweiten Schritt. Du bevorratest dich mit gesunden Lebensmitteln. Jetzt kommt der Schritt, der Spaß bringt. Und ich will dir gleich zu Anfang Entwarnung geben. Viele Menschen haben ein spartanisches Bild im Kopf, wenn sie an einen gesunden Kühlschrank denken. Links oben steht dann der rohe Brokkoli und rechts die frischen Eier. Weit gefehlt, ein gesunder Kühlschrank ist gut gefüllt und zwar mit besseren Wahlmöglichkeiten. Die Idee hinter der Einkaufsliste, die ich dir heute mitgeben möchte, ist nicht, dir ein allumfassendes Kompendium mitzugeben. Sondern ich möchte dir ein Bild, eine Idee davon geben, wie ein nackt gut aussehen Kühlschrank aussehen kann. Sodass du ab sofort aus einer Vielzahl von Optionen auswählen kannst. Und alle diese Optionen sind gut für dich und du kannst die auswählen, auf die du richtig Bock hast. Kategorie Nummer 1 für die Einkaufsliste ist Fleisch, Geflügel und Fisch. Einige der folgenden Lebensmittel bekommst du in jedem Supermarkt. Andere bekommst du nicht in jedem Supermarkt. Das heißt allerdings nicht, dass du die exotischeren Optionen nirgends bekommst. Wenn du auf Wochenmärkte gehst oder in Fachgeschäfte für Fleisch, dann wirst du in der Regel fündig. Und wenn du deine Einkäufe erst später konsumieren willst, dann kannst du sie auch einfrieren. Da haben wir mageres Hackfleisch. Hackfleisch vom Rind oder vom Kalb enthalten weniger Fett als Hack vom Schwein. Und die sind dann auch die bessere Wahl. Geflügelhack und Tartar sind besonders fettarm und damit auch kalorienarm. Im Supermarkt deiner Wahl findest du auf jeden Fall eine dieser Optionen und damit fährst du im ersten Schritt gut. Wenn du dich optimal ernähren möchtest, dann empfehle ich dir Sätze auf Biofleisch vom lokalen Erzeuger. In der Regel ist das Biofleisch im Supermarkt, gerade in den höherwertigen Ketten, auch vom lokalen Erzeuger. Das Biofleisch hat den Vorteil, dass hier gesündere Fettsäuren drin sind, weil die Tiere genau das zu essen bekommen haben, was sie normalerweise auch essen würden. Also zum Beispiel bekommen dann die Rinder kein Getreide, sondern Heu. Das, was sie auf der Weide normalerweise auch essen. Und das wirkt sich auf das Fleisch und die Fettsäurenzusammensetzung aus. Dann haben wir Lamm, Hähnchen oder Putenbrustfilet. Wer lediglich nackt gut aussehen will, der wird auch mit Fleisch aus herkömmlicher Zucht Fortschritte machen. Aber auch hier ist optimal Biofleisch aus den eben genannten Gründen. Und zwar von Tieren und das ist noch ein weiterer Punkt, die ohne Antibiotika aufgezogen wurden. Ganze Hähnchen. Wenn du Besuch zum Abendessen einlädst, dann sind ganze Hähnchen eine tolle Möglichkeit. Und natürlich auch dann, wenn du Lust auf einen langsam gebackenen Vogel hast. Kochschinken, Truthahnschinken und Hähnchenbrustfiletaufschnitt. Die mageren Aufschnittsorten, besonders die, und da lohnt sich wieder der Blick auf die Nährwerte und auf die Verpackung, besonders die ohne viele künstliche Zusätze, sind auch gute Proteinquellen. Gerade weil das Ganze eben verarbeitet ist und häufig noch Zusätze drin sind, von denen ich nicht so viele in meinem Körper haben möchte, kaufe ich Aufschnitt nicht immer. Ich kaufe ihn ab und an, aber nicht so häufig. Gerade wenn ich unterwegs bin oder es mal wirklich schnell gehen soll, dann ist es aber eine gute Möglichkeit. Und vor allem eine bessere, als unterwegs irgendwo Fastfood mitzunehmen. Lachs. Mit Lachs kannst du eine Reihe leckerer Gerichte zaubern. Ich empfehle dir echten Wildlachs, weil der mehr lebenswichtige Omega-3-Fettsäuren liefert als Zuchtlachs. Außerdem ist das Risiko von Schadstoffen bei Zuchtlachs höher als bei Wildlachs. So, das bringt mich zur zweiten Kategorie, zum Einkaufen Milchprodukte und Eier. Eier sind besonders dann ideal, wenn sie aus ökologischer Erzeugung kommen. Bio-Hennen haben genug Platz und sie bekommen auch artgerechtes Futter. Anstelle wie bei herkömmlicher Zucht industrielle Abfallfette. Ja, und das wirkt sich dann auch auf die Fette, die in den Eiern enthalten sind, aus. Bio-Eier liefern nämlich ein gesünderes Fettsäureprofil. Es gibt sogar einige Supermärkte, in denen du spezielle Omega-3-Eier findest. Da muss man ein bisschen Glück haben, vielleicht auch mal nachfragen. Ja, und die entstehen so, dass die Hennen dann Leinsamen ins Futter reinkriegen und Algen. Und dadurch werden diese hochwertigen Omega-3-Fette aus den Leinsamen und Algen auch in die Eier mit transportiert. Und dadurch haben diese Eier mehr Omega-3-Fette. Wenn ich mir Omelettes mache oder Rührei, dann verwende ich meistens ein paar ganze Eier. Aber wenn du den Proteinanteil hoch halten möchtest und gleichzeitig bei der Fettmenge ein bisschen weiter runter gehen möchtest, dann kannst du noch ein paar Eiklar ergänzen. Eiklar gibt es übrigens auch separat im Tetra-Pack, zum Beispiel im Online-Handel. Ja, dann hatte ich noch Käse erwähnt. Käse hat eine hohe Kaloriendichte. Deswegen lohnt es sich hier ein bisschen auf die Menge zu achten, wenn du abnehmen möchtest jedenfalls. In den meisten Fällen tut es hier eine Scheibe pro Mahlzeit. Und besonders gut sind hier die intensiv schmeckenden Sorten, wie zum Beispiel Feta-Käse, Ziegenkäse oder Hartkäse, wie Emmentaler, Alter Gouda, Chester oder Parmesan. Denn diese Käsesorten enthalten normalerweise auch mehr Eiweiß und oder ein besseres Fettsäureprofil. Ja und weil sie so intensiv schmecken, brauchst du nur kleinere Mengen, um deine Mahlzeit geschmacklich aufzupetten. Dann gibt es noch einen Sonderfall, den Harzer-Käse. Der ist eine echte Eiweißbombe. Harzer enthält pro 100 Gramm bis zu 30 Gramm Protein. Schmeckt würzig, lässt sich auch zum Überbacken verwenden und enthält gar kein Fett. Durchaus mal probierenswert. Nicht jeder mag Harzer, aber wenn du ihn magst, dann hast du eine praktische Möglichkeit, etwas sehr Proteinreiches in deiner Ernährung einzubauen. Dann gibt es noch Quark, Magerquark und Körniger Frischkäse, also Hüttenkäse. Machen satt, liefern dir viel Protein und wenig Fett. Ja und wenn du das Ganze mit Mineralwasser oder Milch anrührst und mit Obst kombinierst, dann ergibt das Ganze eine perfekte Zwischenmahlzeit. Kategorie Nummer 3 in der Einkaufsliste für deinen Kühlschrank. Obst und Gemüse. Die Obst- und Gemüseabteilung deines Super- bzw. Wochenmarktes solltest du kennen wie deine Westentasche. Dranbleiber essen nun mal sehr viel Obst und Gemüse. Idealerweise wählst du das Obst und Gemüse, das gerade Saison hat und kaufst möglichst Erzeugnisse aus der Region. Ich kaufe am liebsten Bio-Obst und Gemüse, allein schon deswegen, weil es meistens besser schmeckt, intensiver schmeckt. Und unabhängig davon, ob du Bio kaufst oder nicht, auch das Herkömmliche ist gesund, mehr Obst und Gemüse in deiner Ernährung ist nicht nur für deine Fortschritte gut, sondern auch für deine Gesundheit. Ja, was gehört dazu? Hier sind ein paar Ideen. Leckeres Obst sind zum Beispiel Äpfel, Birnen, Zitrusfrüchte, zum Beispiel Orangen, Mandarinen, Grapefruit, Weintrauben, Südfrüchte, Ananas, Mango, Bananen. Oder Beeren, die sind besonders zuckerarm, sind fast wie Gemüse, so wenig Kohlenhydrate enthalten die. Erdbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren. Ich mag die sehr, sehr gern. Gutes Gemüse sind zum Beispiel dunkelgrünes Blattgemüse, Spinat, Kohl, Feldsalat, Kopfsalat. Grünes Gemüse, wie zum Beispiel Brokkoli, grüne Paprika oder Spargel. Dann gibt es rotes und violettes Gemüse, wie zum Beispiel rote Paprika, Tomaten, Rotkohl oder rote Beete. Gelbe und orange Gemüsesorten, wie zum Beispiel gelbe Paprika, Karotten und Kürbis. Dann gibt es noch Pilze, sind streng genommen eine eigene Klasse, aber ich zähle sie hier mal zu Gemüse dazu. Zwiebeln gibt es in Rot und Grün und Gurken. Damit kommen wir zum nächsten Punkt, Gewürze und Soßen. Mit sorgfältig ausgewählten Soßen und Gewürzen kannst du Mahlzeiten raffiniert aufpeppen, ohne die Zusammensetzung der Mahlzeit wesentlich zu verändern. Ich habe dir mal ein paar von meinen Favoriten zusammengestellt und gute Produkte, die ich selbst verwende, die habe ich dir in den Shownotes und in der Checkliste auch verlinkt. Guacamole, Hummus, Tamari-Sojasauce benutze ich ganz gerne auch zum Kochen oder zum Würzen, Pesto, Salsa, Tomatenmark, Balsamico-Essig, Weißwein, Rotwein lassen sich auch gut verwenden, Himbeer-Essig, Apfel-Essig und Leinöl. Ich sage dir, die selbstgemachten Soßen, die stechen die Fertigvarianten so gut wie immer aus. Letzter Punkt im Kühlschrank sind die Getränke. Und für deinen Wasserhaushalt setzt du am besten ausschließlich auf kalorienfreie Getränke. Wassertrinken ist die beste Grundlage. Denn wer nicht genug trinkt, bringt im Training weniger Leistung, kann Heißhunger bekommen oder baut langsamer Fett ab. Mehr darüber in Folge 105. Und wenn du Geschmack möchtest, dann sind selbstgebrauter grüner Tee oder Mate-Tee, Früchte-Tee und schwarzer Kaffee bzw. Espresso deine Freunde. Auf künstliche Aromen und Leitgetränke solltest du, zumindest im Sinne des 90-10-Prinzips, am besten verzichten. Ja und vom Kühlschrank kommen wir jetzt zur Vorratskammer. In den meisten Haushalten findest du, die größten Figuren fallen nicht im Kühlschrank, sondern in der Vorratskammer. Und genau in die schauen wir jetzt mal rein. Das Prinzip ist das gleiche. Zunächst schaffen wir Platz und dann wird eingekauft. Was solltest du aussortieren? Ja, wenn wir uns die Vorratskammern hierzulande angucken und die Vorratsregale, dann lauert dort eine Menge Müll. Und das ist Müll, der vor gehärteten Fetten und Zucker nur so strotzt. Jeden Monat, jedes Jahr machen diese Vorräte hart erarbeitete Strandfiguren zunichte. Und wenn wir uns die genau angucken, dann finden wir darunter Kekse, Kartoffelschips, Backmischungen, allerlei Fertigsnacks und Mahlzeiten. Das sind Lebensmittel, die in Industrielaboren auf maximale Schmackhaftigkeit optimiert wurden. Falls es in deiner Vorratskammer bisher auch so aussah, empfehle ich dir folgende Vorgehensweise. Schritt 1. Du nimmst eine große Mülltüte und platzierst sie direkt unter dem besagten Regal. Dann positionierst du deinen rechten Unterarm auf Höhe des Regals. Und im dritten Schritt beförderst du die ganzen Figurfallen mit einer raumgreifenden Wischbewegung auf Nimmerwiedersehen in die offene Mülltüte. Und damit hast du dann Platz für Neues geschaffen. Und dazu kommen wir jetzt. Jetzt kommen wir zum Einsortieren. 1. Getreide Der Ruf des Getreides hat in den letzten Jahren ziemlich gelitten, wie ich finde, zu Unrecht. Klar, es gibt die hochgezüchteten Weizensorten und auf die verzichte ich selbst auch ganz gerne. Aber es gibt auch gute Getreidevarianten, wie zum Beispiel kernige Haferflocken, Quinoa, Vollkorn-Gerstenflocken, Buchweizen, Vollkornweizen, Naturreis, Mais, Haferklei oder Weizenklei. Beim Kauf solltest du darauf achten, dass ein Getreide nur minimal verarbeitet ist. 2. Nüsse und Samen Nüsse und Samen liefern dir gesunde Fette und Mikronährstoffe. Zu den leckersten und gesündesten Nüssen gehören Walnüsse, Mandeln, Paranüsse und Cashewkernen. Und zu den leckersten und gesündesten Samen gehören Leinsamen, Hanfsamen, Sesam und Kürbiskerne. Am besten versorgst du dich im Supermarkt deiner Wahl oder meinetwegen auch online mit einer Auswahl deiner Favoriten. 3. Trockenobst Trockenfrüchte sind für viele Salate oder Müslis das I-Tüpfelchen. Normalerweise findest du in jedem Supermarkt eine gute Auswahl davon. Zu den guten gehören Trockenfrüchte wie Pflaumen, Aprikosen, Feigen, Rosinen, Datteln, Mango und Bananen. Sicherheitshalber solltest du auch hier vor dem Kauf auf die Packung schauen. Denn einige Hersteller setzen Zucker oder gehärtete Fette zu. Und die Varianten lässt du am besten links liegen. Außerdem solltest du mit der Dosierung aufpassen. Viele Menschen sind überrascht, wenn sie feststellen, dass ein paar Backpflaumen so viele Kalorien haben wie ein ganzer Apfel. Und ich tippe mal darauf, dass du keine 5 Äpfel auf einmal essen würdest. Aber 20 getrocknete Pflaumen oder Aprikosen sind schnell aufgegessen. Also Vorsicht, mit Trockenobst haben sich schon einige von uns ihre Kalorienbilanz zerschossen, ohne das überhaupt zu merken. Nummer 4. Hülsenfrüchte Linsen, Kichererbsen, weiße Bohnen und Kidneybohnen sollten einen Stammplatz in jeder Fitnessvorratskammer einnehmen. Wenn du Zeit sparen willst, kannst du auf Konserven zurückgreifen. Noch besser sind allerdings Hülsenfrüchte, die du selbst kochst. Nummer 5. Macadamianus, Kokos und Olivenöl Extra natives Olivenöl macht sich in jedem Salat, in Soßen und für Braten auf mittlerer Hitze gut. Beim Olivenöl solltest du darauf achten, dass das Öl kaltgepresst ist. Oder extra nativ. Das sind Synonyme. Eins von beiden steht auf der Packung. Kaltgepresst oder extra nativ. Auch die Qualität schwankt hier sehr stark offensichtlich, denn die Stiftung Warentest hat kürzlich, vor ein paar Monaten, insgesamt 24 extra native Olivenöle unter die Lupe genommen und 15 von denen wurden ausreichend oder noch schlechter bewertet. Geschmacklich schnitt nur das von Bert Holley, das gibt es in vielen Supermärkten gut ab. Ja und wenn du mit höheren Temperaturen etwas zubereitest, zum Beispiel brätst, dann solltest du gesunde, hitzebeständige Öle wählen. Olivenöl ist nicht hitzebeständig bei hohen Temperaturen. Hitzebeständige Öle sind zum Beispiel Kokosöl, Albaöl oder Macadamianusöl. Und noch als Tipp zum Kochen und Braten genügt eine kleine Menge Öl. Ein Ölsprüher, in dem du dein eigenes Öl einfüllen kannst, hilft dir bei der Dosierung und spart eine Menge Kalorien. Nummer 6, wir kommen zu den Getränken grüner Tee oder Jerbamate Tee. Grün Tee gehört, genauso wie Jerbamate, zu den gesündesten Teesorten überhaupt. Nicht zuletzt wegen seiner starken antioxidativen Wirkung. Und zusätzlich fördern beide Teesorten den Fettstoffwechsel. Am besten ist dabei nicht aromatisierter Grün Tee ohne Gewürze. Falls du dich noch nicht an den Geschmack gewöhnen kannst, kannst du aber auch eine aromatisierte Variante nehmen oder einen Beutel Pfefferminztee mit ins Wasser hängen. Der Jerbamate Tee, der kommt aus Südamerika, ist geschmacklich noch etwas ausgefallener, aber mindestens genauso gesund wie Grün Tee. Ich bin seit einigen Jahren auf den Geschmack gekommen und trinke gerne Jerbamate Tee. Ich muss aber auch zugeben, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Er wirkt sehr anregend, senkt den Appetit, was gerade beim Fettabbau praktisch ist und schmeckt so erdig. Ich mag das inzwischen sehr gern und ich durfte mich am Anfang ein bisschen dran gewöhnen. Nummer 7. Gewürze. Gesunde Ernährung muss nicht fade sein. Ein paar Gewürze können dich innerhalb von Sekunden zum Chefkoch machen. Hier sind noch ein paar Basics, die sich in jeder Küche gut machen. Salz und Pfeffer, da wärst du wahrscheinlich auch selbst drauf gekommen. Dann frischer Knoblauch, Basilikum, Oregano, Chili-Pulver, Zwiebelpulver und Zimt. Das sind ziemlich praktische Basics. Gewürzmischungen können dir die Sache mit dem Abschmecken deutlich leichter machen. Und hier sind ein paar Mischungen, die du einfach mal testen kannst. Zum Beispiel italienische Kräuter, indische Gewürzmischung, mexikanische Gewürzmischung oder thailändische Currypaste. So, damit komme ich zum Ende für heute. Ich brauche ganz schön viel Stoff. Danke, dass du bis hier dran geblieben bist. Alle diese Einkaufstipps habe ich dir, wie gesagt, in einer Checkliste zusammengestellt. Die kannst du dir in den Shownotes auf marathonfitness.de Schrägstrich Podcast und dann gehst du auf die heutige Folge 143 runterladen. Fazit der heutigen Folge. Ausgewogene Ernährung ist erstmal simpel. Denn Lebensmittel, die du einkaufst und bevorratest, die isst du auch. Und deswegen ist es gut, wenn du deine Ernährung planst und das Richtige einkaufst. Ich habe festgestellt, dass die meisten Menschen die besten Fortschritte machen, wenn sie ihren Kühlschrank und ihre Vorratskammer ganz bewusst mit gesunden Lebensmitteln bestücken. Und alles andere zunächst mal außen vor lassen. Das heißt aber nicht, dass du auf alles verzichten musst. Ganz im Gegenteil. Aber du schaffst dir einen Rückzugsort in deinen eigenen vier Wänden, an dem die Versuchungen minimal sind. Und damit machst du dir die Sache leicht, neue und gesündere Ernährungsgewohnheiten aufzubauen. Ja, in der heutigen Folge hast du einige Tipps mitgekriegt, wie du genau das umsetzt. Und eins meiner Ziele ist dabei, dir ein möglichst breites Spektrum, viele Beispiele mitzugeben von wenig verarbeiteten Lebensmitteln. Und die Idee der heutigen Folge und auch dieser ganzen Beispiele ist, dir Anregungen und Best Practices zu geben, die für viele Menschen gut funktionieren. Und wer jetzt zuhört und sich fleischlos ernährt, der wird natürlich bestimmte Lebensmittel weglassen, von denen, die ich erwähnt habe, und vielleicht andere noch ergänzen. Du kannst also die Basis, die ich dir hier mitgegeben habe, gern so übernehmen oder sie nutzen, verändern und, das ist ausdrücklich erwünscht, deine eigenen Experimente wagen. Mehr Anregungen zu diesem Thema, gesunde Lebensmittel, ausgewogene Ernährung, findest du auch in der Rubrik ausgewogene Ernährung bei mir auf dem Blog. Oder in der digitalen Toolbox, wenn du mein Buch Looking Good Naked gelesen hast, dann kannst du einfach hinten ins Buch schauen. Und da habe ich dir einen Link bereitgestellt zur kostenlosen digitalen Toolbox mit einer langen Liste gesunder Lebensmittel, noch mehr Anregungen und auch noch einigen weiteren Rezepten. Sponsor der heutigen Folge ist Audible. Audible hat über 150.000 Hörbücher im Angebot, darunter Bestseller-Autoren und viele der bekanntesten aktuellen Bücher, Ratgeber und Klassiker. Du kannst die Bücher, die du schon lange lesen wolltest, ganz einfach hören. Zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit. Audible bietet dir ein spezielles Angebot nur für Fitness mit Mark Hörer. Du bekommst die Audible Mitgliedschaft zum halben Preis, wenn du jetzt auf fmmbuch.de gehst. Nicht für ein, zwei oder drei Monate, sondern für ein halbes Jahr. Dieses Angebot gilt nur für Fitness mit Mark Hörer. Also geh auf fmmbuch und mach mit. fmm wie fitness mit Mark und dann buch.de Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast.marathonfitness.de Die Show Notes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de Schrägstrich Podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf deinem Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Mark suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de-podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen,